Ich wollte nur, das hat gut gepasst zum ersten Mischen. Klein bisschen nach da, jawohl, gut. Ist der Transporter drin? Nein, der Transporter ist nicht drin. Jetzt fährt er rein. Robin, Dankeschön, Auto bitte raus. Albert, bleibst du? Okay, wir brauchen mal schnell das Handy bitte. Ne, einfach, es ist einfacher, weil wir müssen es hier vorne befinden. Alle Rohrebilder, wir haben genug Zeit. Wir würden es kurz organisieren, dann kriegt ihr alles. Ziemlich allein. Okay, die Herren, einmal hier bitte. Die anderen werden es nochmal extra brauchen. Dankeschön, ich bin fertig. Einmal kurz bitte, einfach so. Genau, und, und, los, zack. Ja, ja. Nein, aber nein. Ja, ja. Wenn du den Moment mal gestern hast, wirst du, wirst du ... ... ... ... ... ...